Musik Hallo Leute, willkommen zurück zu Super Mario 3D Land Wir machen heute weiter in der zweiten Welt Und mal schauen, ob ich heute wieder einen Ticken konzentrierter spielen kann Ähm, beim letzten Mal Hab ich ja, ähm, ja Die Karma-Klatsche bekommen Ich glaube, so kann ich es nennen Und wenn ich dran denke, ich weiß nicht, ob ich es schaffe Dann werde ich vielleicht den letzten Part auch so nennen Ich finde die Karma-Klatsche Eigentlich einen schönen Begriff, fällt mir gerade auf Mal schauen, ob ich das durchziehe Ähm, ist natürlich auch immer so eine Sache So vom Aufnahmezeitpunkt bis zum Hochzeitpunkt Bis man den Titel vergibt Da geht doch immer eine gewisse Zeit Und bis dann hat man sich dann vielleicht auch andere Sachen überlegt Ähm, aber gehen wir doch erstmal auf die Besonderheit dieses Levels ein Ähm, immer wenn ich springe Dann ändert sich die Richtung dieser Plattform Das ist eigentlich schon alles Ähm, ja, das war jetzt voll erwähnenswert Aber es kann einem doch ab und zu Probleme bereiten Und hier gehen wir direkt ins nächste Level So, und hier haben wir jetzt so ein 3D-Spielchen Das wird jetzt mit dem 3D-Effekt natürlich wahrscheinlich relativ einfach Da wir aber im letzten Part schon festgestellt haben Dass mein 3D-Effekt übelst verschmutzt ist Und der 3D-Effekt deswegen kaum noch funktioniert Versuche ich jetzt hier mal weiterzukommen Ohne den 3D-Effekt Also ich spiele genauso, wie es ihr auch seht Ähm, und das sieht doch gar nicht schlecht aus Das ist eine leicht verdiente zweite Starcoin Da gibt's aber auch noch Schwere Habe ich, glaube ich, in Erinnerung Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher Aber ich glaube, da gibt's auch noch wirklich welche Wo man so richtig so gebrainfuckt wird Wo man sich dann so denkt, so, hä, was? Das sah doch ganz anders aus Ähm, kommen wir noch dazu Ähm, jetzt muss man aufpassen Jetzt, äh, darf man nicht zu häufig springen Auch nicht, wenn wir mal diesen Stachel Fehlen da ausweichen Da oben ist die Starcoin, ich seh sie Das heißt, da muss ich auf diesen Block springen Was ich auch ganz toll gemacht habe Und jetzt springe ich am besten gleich da rüber Dann haben wir das Level mit Bravo geschafft, würde ich behaupten Alle 3 Starcoins Kein Power-Up verloren Ähm Ähm, ja, es ist doch, es ist doch top Es ist doch top Genau so soll es doch laufen He, he, supi Äh, weil es auch nicht so spektakulär Also halt einfach nur so ein paar Dreh- und Wende-Plattformen hintereinander gepackt Und dann so, wow Das ist die Schwierigkeit des Levels Ähm, ja More or less So, wir kommen jetzt hier zu einem Pilzhaus Das werde ich jetzt aber, wie gesagt Na, ich will es nicht überspringen Komm, wir überspringen es nicht Weil ich glaube, das wird mir dann auch nicht als Äh, dann wird die Welt mir auch nicht als komplett fertig markiert Wenn ich in dem Level nicht drin war Ich habe im letzten Part drüber gesprochen Man kann auch hier außenrum langlaufen Aber, ähm, hier ist nichts Besonderes Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie Die Pilzhäuser auch dreidimensional dargestellt haben Dass man sich da frei bewegen kann Ähm, was hast du mir denn anzubieten, Bro? Hui Äh, ein Tanuki-Blatt Ja, okay Ähm, tut mir leid Davon habe ich schon genug Ich bin schon übersättigt mit Tanuki-Blättern Aber in Ordnung Machen wir weiter Jetzt ist immer ein Auf der Minimip unten Das Pilz, was nicht mehr mit einem roten Ausrufezeichen markiert Und wir können uns ins Luftschiff stürzen Ja Es ist nicht immer Bowser, der Endgegner Auch Luftschiffe Ähm, gibt es als letzte Level einer Welt Und auf den ist nicht Bowser drauf Sondern andere Kollegen Die man teilweise auch schon kennt Aber die, glaube ich, erst hier wieder so richtig ihr Comeback gefeiert haben Und ich glaube sogar ein komplett neuer Charakter Das werden wir aber noch bei Gelegenheit ausfinden Mit dem Tanuki können wir witzigerweise Die Schussrichtung dieser, äh, Kugel-Willis beeinflussen Finde ich eine ganz coole Sache So, jetzt frage ich mich nur Muss ich da in die Box rein Oder muss ich hier hoch Äh, ich gehe in die Box rein Ich gehe in die Box rein Ich gehe in die Box rein Okay, ich war mir jetzt nicht sicher Ob die Box der richtige Weg ist Oder ob da oben der richtige Weg gewesen ist Aber ich glaube Hier bringt es mich zuerst in Starcoin Richtig Vielleicht ein Powerstern? Sehr gut Das wollte ich Auf die Zeit kann ich jetzt mal verzichten Ähm Aber Naja, okay Der Powerstern bringt mir jetzt auch nicht viel Aber Wir haben coole Mucke Das ist doch auch was Ja, aber das Ganze ist wie gesagt Schon ein Scrolling-Level Allgemein unbeliebt Weil man sich einfach nicht in dem Tempo fortbewegen kann Wie man will Und man sieht doch einfach nicht so gut Was als nächstes kommt Wie man hier jetzt gerade Perfekt gesehen hat Und diese Kugel-Willis Die schlagen um sich Weil die auch einen Tanooki-Schwanz haben Leck mich am Arsch Und Mir fehlt eine dritte Starcoin Die ist doch Hier unten Dachte ich es mir doch Gab doch gar nicht viel Zeit Die zu verpassen Die kann doch Eigentlich fast nur hier sein Oder sogar nach dem Fight Ja Wir haben auch bei Bowser gesehen Nach dem Fight Geht man durch eine Röhre Bevor man zur Flagge kommt Da kann dann immer auch noch was sein Aber Ui Gucken Sie mal an Ist gar noch ein One-Up Ein Secret Sehr cool Äh Ich gehe jetzt mal einfach ohne Power-Up Zum Boss Denn Wir fighten Gegen Bumm Bumm Richtig Den roten Äh Trottel Und der ist wirklich Also der ist wirklich Durchig Später werden die Kämpfe Noch etwas schwieriger Das muss ich wirklich sagen Oh Gott Da sind die dann echt Gar nicht mehr so easy Man kann entweder direkt Auf ihn draufhüpfen Man kann auch jetzt Auf ihn draufhüpfen Oder man wartet kurz Dann ist er benommen Liegt äh Schwindelig am Boden Und dann Funktioniert hier gar nichts mehr Ansonsten ist es eigentlich Nicht so schwer Im Auszuweichen Einfach hier so ein bisschen Hin und her speeden Jetzt versuche ich ihn auch noch In seiner Wirbelattacke zu treffen Man hat ja fast gut geklappt Äh Also es gibt Äh Genug Momente In sich killen Und ich habe natürlich Mein Power-Up verwendet Also Der erste Fight War wirklich noch easy In den letzten Welten Werden die Fights Ein bisschen herausfordernder Äh Wenn man da nicht Die passenden Power-Ups hat Dann kann man da doch Ja Ganz schön Ganz schön aufgeschmissen sein Hier Auf der Oh Gott wie nennt man das Wie nennt man diese Spitze Eines Schiffs Ich habe keine Ahnung Auf der Reling Nein die Reling ist die Seite Äh Ich weiß es nicht Da ist noch ein Warn-Up So ich versuche jetzt mal als Ich mache sicher Kleiner Mario Ein Glück Dass wir sich in die Flagge Unten reingefallen sind Wir hätten auch die Flagge Jetzt ganz unten erwischen können Dann hätte ich das Ganze Irgendwann später Nochmal tun dürfen Aber Wir haben zum Glück Glück gehabt Wir dürfen das ganze Ganz entspannt Das Sanuki Mario machen Und haben damit Die zweite Welt Abgeschlossen Sehr cool Und es macht immer noch Spaß Hey Scheint ein gutes Gutes Ding für Ein gutes Zeichen Für das Game zu sein So Mal sehen was Welt 3 Für uns zur Verfügung hat Was ich ein bisschen dumm finde Ist Dass eigentlich so Dass die Dass das Welten-Thema Gar nichts mit dem Level-Thema Zu tun hat Also der Hintergrund ist hier gelb Aber ist so Die Welten sind eigentlich Relativ unbedeutend Das finde ich ein bisschen schade Es ist immer noch Nacht Und wir finden wieder einen Brief Oh 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 Bowser entführt Peach Mit seinen Luftschiffen Und es wackelt alles schön Yay Hier wird die Mucke In der Zwischensequenz Immer so witzig So und das Ist jetzt richtig Schnell Strandmucke Wisst ihr so Das ist eigentlich Richtig Schnell Strandmucke Aber das erste Level Ist ein Wüsten Level Also Ihr versteht glaube ich Das Problem Was ich mit den Welten Und Level-Themen zusammen habe Also Na ich weiß nicht Finde ich ein bisschen schade Aber schauen wir uns doch mal Diesen riesigen Wüstenturm an Der sieht doch Der sieht doch spannend aus Und auch das ist wieder so ein Level Was so richtig großflächig ist Und so richtig So An das alte 3D Mario Flair erinnert Auch ein Level Was ich sehr sehr cool finde Kann ich die eigentlich auch Mit meinem Tanooki-Schwanz klatschen? Ja Ein richtiger Ohrfeil gegeben Kann ich mich mit den Kapitän kaputt machen? Ich laufe jetzt erstmal unten lang Mal zu schauen Ob ich unten irgendwas verpasst Oh das ist ein richtig schönes Open-World-Gefühl In diesem Level hier wieder Ich liebe diese Welten einfach Ich liebe diese Level einfach Ich muss mit Welten und Level aufpassen Hier hinten haben wir ein paar Münzen Willkommen sogar ein bisschen Applaus dafür Thank you So wir nennen wir nochmal dich Ich klatsche dich nochmal Bam Dann kommt sogar so ein richtiges Klatschgeräusch Oh Ein Propellerblock Das ist interessant Und da drüben kann ich übrigens auch In den Turm rein Da kann ich irgendwas kaputt machen Also es gibt hier viel zu entdecken Ohne Frage Ich bin auch gerade ganz gründlich Beim Einsammeln Ich weiß jetzt gar nicht Ob es hier unten noch irgendwie Starkins oder so gibt Aber hier haben wir auf jeden Fall Pockis Die ich auch mit dem Tanooki-Schwanz kennen kann Aber jetzt schauen wir doch erstmal was hier ist Das sieht doch ganz spaßig aus Und hier ist sogar eine Starcoin Und die zweite Ja okay Die Reihenfolge ist glaube ich Hier bei so einer Open World Immer relativ schwer festzulegen Aber das heißt Wir hätten schon relativ zeitnah Eine bekommen können Hm Wo kann die sein Weg mit dir Hm Kann man die Kamera eigentlich Ja Nein Man kann die Kamera nicht einstellen Die Kamera ist nicht das Problem Ohne Frage Die Kamera ist echt gut Man kann nur hier so ein bisschen Nach links und rechts neigen Bringt jetzt nicht so viel Aber die Kamera ist eigentlich Immer relativ gut eingestellt Muss man Muss man im Spiel lassen Das ist echt mal ein Game Was die Kamera sehr schön Hingekriegt hat Sehr gut Ein One-Up noch Ähm So das ist jetzt aber glaube ich Alles was hier draußen war Da drin sind noch Münzen Aber ich glaube wir können festhalten Viel zu entdecken in diesem Level Jetzt schauen wir aber erstmal wo die erste Starcoin ist Oh Ich bin so ein Trottel Das ist Oh das ist der Mal wieder der Abosound Das ist ja Hat sich ja fast eingebürgert bei mir Das ist der Abosound Aus meinem Livestreaming Ding Und das ist irgendwie immer noch aktiviert So Wie komm ich denn da Das heißt mich hat gerade jemand abonniert Ja das freut mich doch sehr Ähm Nein das Ding ist Ähm Ich hab irgendwie Warum auch immer Ähm In meinem Aufnahmeprogramm Ist immer noch dieses Ist dieses Dieses Alert Ding Also diese Ähm Wie soll ich das beschreiben Für alle die im Stream dabei sind Also immer wenn mich jemand abonniert Oder jemand was spendet Dann kommt jetzt ein Bild reingeflogen Mit einem Sound Und da steht halt dann dran Blablabla Hat sich abonniert Äh Oder blablabla Hat sich so und so viel gespendet Und Irgendwie Halt dieses Dieses Programm Was die Bilder anzeigt Das ist irgendwie in meinem Aufnahme In meinem Streaming Programm Hinterlegt Warum auch immer Aber das ist immer aktiv Auch wenn ich es nicht jetzt aktiv Hier in meinem Aufnahmeding hab Und Ich muss mal schauen Wie ich das Wie ich das ausmachen kann Auf jeden Fall Kam gerade ein Neuer Abonnent dazu Ich hab keine Ahnung Wer es war Aber wer auch immer es war Ich danke dir Bruder Also wer mich Der Abonnent Der mich Am 31.12. Am letzten Tag Am letzten Tag Des Jahres 2016 Um 13.40 Abonniert hat Ja Mittags nehme ich auf Das ist das Ich bin schon länger wach Ich versuche früher aufzustehen Dem danke ich auf jeden Fall Oh höchst witzig Ich finde das eigentlich Immer eine ganz lustige Sache Wird eigentlich nur noch fehlen Dass dieses Bild Nochmal eingeflogen kommt Dann wissen wir noch immer Wer es war Ich find's lustig Ich find's wirklich lustig Aber es freut mich natürlich So jetzt konzentrieren wir uns Aber wieder aufs Level Wir haben gerade die erste Starcoin da draußen gesammelt Die haben wir schon von außen gesehen Und jetzt sind wir im Turm drin Ich weiß nicht Ob man instant tot ist Wenn man von diesen Swamps zerschlagen wird Und jetzt ernsthaft Hat mich dieses Hat mich diese blöde Schlange erwischt Das darf doch nicht wahr sein Jetzt hab ich ja gar kein Power Up mehr Mann ich muss ein bisschen mehr auf Moment mal Die Tür da Die sieht mir verdächtig aus Schauen wir mal rein Okay ich werd hier draußen rausgelassen Gibt's ein Power Up für mich Oh ein böser Block Mit Tanuki Schwanz Zack weg mit dir Immerhin haben wir wieder Tanuki Platz bekommen Sehr schön Ah aber ich komm jetzt hier nicht mehr hoch Ne Nein ich muss da jetzt Wieder die Box verwenden Ist aber auch nicht so tragisch Gut aber dann sind wir immer wieder ausgerüstet Man fühlt sich immer so ein bisschen nackt Sag ich mal Wenn man kein Power Up hat Vor allem in so einem Game Wo man eigentlich immer eins hat Weil es ist nicht so schwer So ho 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 Oh nein einfach raus Ich brauch doch die Red Coins Ich will wieder ein Item im Inventar haben Sehr schön Ich krieg kein Item fürs Inventar Wie lurchig ist das denn Mann Die hier sind übrigens auch neu Die verfolgen mich immer Die lassen mich nicht durch Außer ich hüpfe Hüpfen sie auch Aber dann stecken sie erst mal auf den Boden fest Oh Gott Ich darf mich aber nicht von denen zermatschen lassen Scheiße Was tu ich hier Oh geht mich auf jeden drauf Was wollt ihr gegen mich tun So äh die Starcoin ist da oben Den Schatten sieht man Gar nicht so leicht zu bekommen Aber ich hab's ziemlich skillig gelöst Ist mir gewohnt von mir Also ich bin ja eh der Profispieler Äh das ist eigentlich no problem So hier mal ne kurze Abkühlung Und Dann können wir glaube ich Entspannt zum Ziel gehen Oh Gott ich hör da oben nochmal Unsere kleinen Mini-Swamp-Gegner So weg mit dir Und jetzt ins Ziel Sehr schönes Großes Offenes Level Was schön lange dauert Hat richtig Spaß gemacht Und ich sehe wir haben noch Zeit Für ein weiteres Level Gut so Wir kommen gut voran Wir kommen gut voran Und vor allem relativ problemlos Das ist sehr angenehm Cool Oh ein Unterwasser Level Nein das möchte ich nicht Ich hab die nämlich schon alle abgeschlossen Auf geht's In unser erstes Unterwasser Level Freunde Ich hätte es auch cooler gefunden Wenn die Level Namen bekommen hätten Das feiere ich immer Aber das haben sie erst so mit New Super Mario Bros. U eingeführt Den Level Namen zu geben Weil das dann glaube ich So gut ankam Haben sie es in 3D World Dann auch noch direkt gemacht So jetzt muss ich mal eben schauen Äh Ob da Irgendwo was ist In der Starcoin oder so Nein okay Könne ich direkt rein Da muss ich immer doch Ein bisschen aufpassen Ob man irgendwas verpasst Das sind unter Wasser Level Immer sehr Sehr schnell getan Und hier haben wir jetzt ein paar Münzen Sollen die mir irgendwas zeigen Hier Oh Ich bin nur ein Pilz Aber sieh mal an Kriegen wir sogar noch eine Feuerblume Machen wir uns ein paar Geröstete Fische hier Wie auch immer die Flammen Unter Wasser aktiv sind Die sind also so heiß Dass sie unter Wasser noch an sind Ja vielleicht ist das Wasser Voller Gas Vom Fracking Gibt's ja auch die ganzen Videos Wenn so Wasser mit Gas So mit Gas gefüllt sind Dann kann man das Wasser ja anzünden Also es hat den Anschein Dass man das Wasser anzünden würde Hier gibt's ja wirklich ein paar Erstreckende Videos aus Australien Kamen die glaube ich Da muss man ja schon aufpassen Also wieder unsere Gewässer Verseucht werden Fracking sowieso Eine sehr umstrittene Sache Das ist ja Ich weiß Gas aus Tiefen Erdschichten Also Also man holt glaube ich Verbessert mich wenn's falsch ist Ich Aber ich glaube Fracking ist ja Wenn man Aus Aus Gestein Was sehr tief In der Erde ist Durch chemische Substanzen Erdöl gewinnt Ich glaube so war das Also man pumpt einfach Viele giftige Chemikalien In die Erde Die dann Aus diesem Gestein Was tief an der Erde drin ist Das Erdöl rausholen Aber diese chemischen Substanzen Dieser chemischen Müll Bleibt dann eben Im Boden Und Gerät dann auch irgendwann Ins Trinkwasser Und das ist einfach Eine sehr sehr kritische Sache Und dieses Gas Kann dann eben glaube ich Auch austreten Und eben dann ins Gewässer kommen Und dann kann man eben Das Gewässer sozusagen In Anführungszeichen Anzünden Äh Das war ein ganz ganz Kurzer Crashkurs Ins Fracking Ich hab nur mein Referat In der Schule drüber gehört Und mal ein paar Artikel gelesen Äh Sonst bin ich noch nicht so informiert Über die ganze Sache Ähm Ich muss Ich töte jetzt nochmal kurz Den Aal Ich glaub das geht Also ihr kriegt auf jeden Fall Damage Ja Dann explodiert er Aber jetzt ist seine Höhle Eingestürzt Aber wir können hier runter Und da ist eine Röhre Bringt die mich zu einer Starcoin Ja Sehr schön Und auch dieser Bonusraum Ist jetzt geflutet Juhu Sehr gut Das war auch die zweite Das heißt noch nichts verpasst Wir können übrigens auch Unterwasser Stampfattacken machen Dann kann man ein bisschen Schneller nach unten Kann man sich auf jeden Fall merken Falls man mal irgendwo Im Bedrängnis gerät Und schnell nach unten flüchten muss So Nachdem wir den Aal Jetzt gekillt haben Geht sie relativ problemlos Für uns weiter Und Das sieht doch ausschließlich Verdächtiger aus Oder Da kann ich doch bestimmt Nach unten oder oben Oh Gott Nicht runter Nicht runter Nicht runter Nicht treffen lassen Ich kill den jetzt erstmal Ich meine Warum sonst sollte da der Gang sein Wenn hier nicht was ist Wusste ich's doch Das war zu offensichtlich Ähm Das war die Starcoin Sehr gut Und fühlt mich Das ist zum selben Weg Wie die Röhre unten Nein Fühlt sie nicht Man kann nur Über Man kann nur über Diese Röhre Ähm Die goldene Fahne erreichen Okay Dann war es uns sogar Inhome wichtig Dass wir wieder hochgegangen sind Super Und damit Freunde Sind wir wieder am Ende der Folge angekommen Diese 3D-Lampart Sie verklingt so sackschnell Dass es Nicht mehr feierlich Also man fängt Den Part an Und dann ist er eigentlich auch Schon wieder vorbei So gefühlt Vielen Dank dass ihr wieder dabei wart Ähm Hab mich sehr gefreut Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen unterhalten Ähm Wenn ja dann Ein Daumen nach oben Wär toll Bei 50 Daumen nach oben Gibt's ganz schnell die neue Nein Spaß Die Folgen kommen im selben Rhythmus Wie sonst auch Euer Hübi Haut rein Die Folgen kommen im selben Rhythmus 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 Vielen Dank.